Wie meinet man für mich bin ich? Endlich mal wieder aufnehmen, 22.20 Uhr. Ja, genau. Das ist schon mal gut, Leute. Ich mache ja erstmal zurück und zurück. Ich brauche wirklich, ihr Hörnöre dazu. Danke. Einer möchte, dass er so eine Blitzel kann mit meiner Quatschen wollen. Das könnte ich offiziell mal lesen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ich bin gemein, das ist ein Rani. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich denke an sich, die steht da oben. Und du stehst im Feuer? Nein. Ja, du hast recht. Der Fahrer und der Fan. Das funktioniert. Ich habe ja vorhin in der Mitte vom Lassungsfache gekriegt. Übrigens, ja. Was hast du für einen? Audio. Wundervoll. Also wir machen Wundervoll. Ich schaff's. Die steigliche Asse. Welche Hunderasse hast du? Du und horsher. Ich dachte, wir haben eins mit denen noch. Ich hab ne... Nein, aber. Echt, hier so einen Flachzug? Wir nehmen das für uns auf. In Labradorche. Wir werden produzieren die Freunde. Ja, genau. Das war ein Foto. Das war immer noch. Ich will jetzt zu den Dumpen, weil uns würde das heute gleich mal weg. Und dann kommt dann aus der Ausgangshausen oder den Kraftbau auf. Du siehst mal ab. Niemals. Hast du Fotos? Auf dein Handy? Möchte ich dir nicht zeigen jetzt. Du bist mal ein bisschen zu neugierig. Da läuft eine schwarze Weißklaratte. Ey, wir gucken schon bis dahin. Boah, ey. Schreibe ich meine Augen. Ey, ich mach nicht mein Hauchspiel. Du bist zu Ende. Ich sehe mein Hauchspiel. Ich sehe mein Hauchspiel. Wie kannst du mit deinem Hauchspiel? Du bist ja voll der Hero. Du bist ja voll der Hero. Ey, ich spiele nicht mal ganz nach. Na, das stimmt. Das Bräule ist auch. Ja, das ist auch hier. Das ist nice, Alter. Ich spiele nicht ab. Ich spiele nicht ab. Ich spiele nicht ab. Ich spiele nicht ab. Ah, doppelt. Weil meine Mutter ist mir damals verboten, den Hund zu halten, ja. Die Radigung habe ich noch. Und meine Oma hat einen Schlagabfall. Ja, und hat einen Therapiehund geschenkt bekommen. Ähm. Geschenkt bekommen. Geschenkt bekommen. Es ist, glaube ich, es ist gerade im Moment keine gute Idee mit mir und meinen Hund. Weißt du, ich habe extra so mein T-Shirt geputzt. Okay, 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 okay. Ich drücke mich ab die Knau und weg. Also gut, ne. Also gut, ne. Und das ist... Oh, Rammstein sitzt auf! Stopp, 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 stopp. Alles gut, akzeptiert. Themawechsel, äh... Das schwanzig, Alter. Hast du nur eine Rammöten gemacht? Nein, nein. Aber... Ja, das soll ich. Also, ich war ruhig. Nee, aber das versteht. Weil ich habe nur eine Ansage bekommen. Fertig, ne? Habe ich akzeptiert? Ja. Ist doch gut so. Dann habe ich gestern auch eine Anlage bekommen. Dann habe ich auch sofort so eine Stopp für Waffen. Okay, nein. Da hat er sich jemand mit eingemischt. Ich halte sie noch Rutschmann und diese Schuhe ausziehen. Mit deinen Sacken. Kann ich jetzt... Das sehen wir uns so sicher. Okay. War bis. Was hab ich das drücken? Das hab ich mir in den Socken genommen. Ist das Stülpen oder Socken? Ist das Stülpen oder Socken? Oh nein. Stülpen. Beides. Egal. Warum muss ich da auch... Das ist die Wii-Spielende. Das sieht aus. Naja, wir wollten eigentlich spielen. Schrei doch mal nicht so. Das war eigentlich, wir wollen Wii-Spielen. Also... Achso, schon mal. Fernseher machen. Durch eine Frage, hast du nur dieses komische Ding dabei? Step by Step. Ruhe. Ich mach jetzt erstmal die Wii an. Dann mach ich den Fernseher an. Und alle schweigen so lange. Bis dahin. Kriegst du's hin? Warte. Ey, mach lieber die Xbox an. Und alle reden durch den Lanzer. Nein. Ich melde mich. Ich melde mich. Ja, stimmt. Eine Frage. Herr Lehrer. Nein. Aus. Die Wii ist schon an. Sie müssen nur noch den Fernseher umschalten. Und wo sind die Kontrollen? Herr Lehrer. Du kannst mich da noch vielleicht kurz geben. Herr Lehrer. Pass auf. Herr Lehrer. Herr Lehrer. Nie, weil. Ruhe. Dürfen wir jetzt aber bitte. Wie kann ich Ihnen helfen? Sorry. Das tut mir leid. Fein, ich guck sie an. Sie wusste sofort ja. Alles was sie an. Irgendwann laut. Das waren meine Gedanken. Oh, danke. Sehr laut. Noch Fragen? Ey, ist das ein Ernst? Ist das gerade ein Ernst? Ich hab das nicht gesagt. Sie hat es nicht gegeben. Aber genau. Herr Lehrer. Herr Lehrer. Ich weiß nicht. Könnten Sie das vielleicht noch umstellen? Rufen Sie doch Professor. Rufen Sie doch Professor. Rufen Sie doch. 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 Könnten Sie das vielleicht noch umstellen? Weil irgendwas stimmt doch nicht. Vollen Sie nämlich wirklich schrie. Rufen Sie doch. Oh hoppla. Oh ho ho. Ups. Kann das denn passieren? Oh ja. Gäts mir. Hoppla. Immer, immer. Oh mein Gott, ich geh grad auf mein Ohr. Nein, ich geh bitte nicht, ich muss die Kato-Schule hin. Ach komm, der war angekündigt. Wir schicken einen Stapel Pornos, hallo? Nein, das hast du vor uns tatsächlich sogar angekündigt. Genau, das ist ein Pornos. Da spricht das an. Ja, aber du spuckst nicht auf die ganze Zeit an. Außer sie willst du, ich spuckst alle nicht in mich. Nein, ey. Oh, ich weiß nicht, was was ist. Ich krieg grad über den Kopfschmerz. Weißt du, wie hätt ich das, dass das Fenster zu ist? Kannst du ehrlich sein? Ich bin jetzt nackig. Ich hab wieder vier Hände am Storten. Ich hab wieder vier Hände am Storten. Daraus auf jeden Fall. Ja, ich hab gesprochen. Die Toilette ist... Die Toilette ist... Die Toilette ist... Das ist ja toll. Tools! Das ist Sonnstag. Das ist Sonnstag. So, das ist Sonnstag. Das gibt man ja der Junge-izei mit meinem Bier... Die kann auch sein. Nee, warte, ich weiß nicht. Nee, nee, ich weiß nicht. Einfach mal kurz vor Leim. Leim? War ja so gemein. War schön. Ich hab immer noch die Xbox an und immer mit E. Und B war mir echt zu spiel. Das ist unfair. Hatten wir das nicht letztens? Sven! Sven! Mach einfach den Rollo rein, wenn du siehst. Ich weiß nicht, ich hab dir die Süchte gesehen. Doch. Wie bald hat sie die lange Nase gehabt wie der Osterhase. Und die war glatt braun. Das hab ich nachher gesehen. Das Beichen ist all meine Freude Beichen. Ich achte auf sowas. Trotzdem ist da immer noch nicht die Wii an, sondern die Xbox. Und willst jetzt echt auf den Play spielen, weil das ist unfair. Wer schreit hat Unrecht. Ist immer noch unfair. Wie soll ich da 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 da? Lecker. Was ist das denn? Was ist das denn? Ronny, was ist das denn? Ronny, was ist das denn im Raum und Lecker? Da musst du um die Ecke stehen. Du hast jetzt um die Box gerade. Aber Ronny, das ist auch weiter. Nein, ich hab das gesagt. Da musst du um die Ecke stehen. Ich steck da schon die ganze Zeit dran. Damit ich draußen mit Feuer... Was hast du mir geschenkt gerade? Was ist das denn? Aua, wie ist jemand auf dem Fuß gekommen? Ich hab umgepackt. Was? Mach's doch mal. Das hast du vorhin ausgemacht. Was? Ich musste jetzt nicht mehr machen. Ich bin jetzt mal ein bisschen... Mach's doch noch nicht mehr. Aber wegen Verschneiden von der Bluge war ich es ja. Ja, aber da hinkt schon eine Quenke. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Ja, hier. Die überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Die andere habe ich mal. Und auch du siehst, wo Potential ist, dass es schafft. Aber hier habe ich gerade erkannt, dass diese Durchmörder sind. Nein, das fang ich nicht noch. Das könnte noch was werden. Die ist noch grün. Jetzt muss doch gerade ein Hals um. Vielleicht muss sie mal gesäugt werden oder so. Ja. Die erste war super. Nein, die ist richtig gut gekommen. Und blablabla. Und dann habe ich die Masse geschenkt. Echt? Oh, die ist so... Oh, die braucht viel Wasser. Ja, und die andere Blume auch. Und Ronja hat die andere Blume so weit tragen. Und schreist nicht so laut, nimmst du los bitte. Das geht jetzt aus hier. Siehst du? Da steht einfach unten auf dem Boden. Ja, weil er eine Freundin hat so und ich habe meine Blumen passende groß. Und das beide hört sich voll so. Eine kleine Blume und eine große Blume. Und die kleine Blume, die kleine Blume rein. Und die kleine Blume. Und die kleine Blume sind so. Und die kleine Blume sind so. Aber das war ein kleineses Film. Das war der schlechteste Film, Comedy ever. Das geht zehn Sekunden. Mindestens. Wir stehen alle drei im Fahrstuhl und dann quatschen darüber, dass wir den Fahrstuhl nicht haben. Weil keiner den... Nein, wir sind alle. Wir stehen alle drei im Fahrstuhl und keiner hat die Fahrstuhltagszeit. Jetzt stell dir aber vor, dass da Fahrstuhlmusik drinnen gewesen ist. Stell dir mal vor, dass da Fahrstuhlmusik drinnen gewesen ist. Was? Ja, ich weiß nicht, Fahrstuhlmusik. Da musst du nach drei Minuten nicht drücken. Hast du die überhaupt gedrückt? Ja. Der letzte reinkommt, drückt, ne? Ja. Alle löwen halt. Ich dachte mir, irgendwer von euch hat schon gedrückt. Aber ich lass das in die andere Masse drinnen und gucke mich doch zum Start. Meistens parallel. Ja, so ist es. Ja, aber wenn du eingehst in den Fahrstuhlkreis... Ich hab das ja ein bisschen mal nicht gemacht. Ja, ne, im Drogen, ne? Entschuldigung, ich hab... Ich mein, hab aber im Fahrstuhl... Ich hab, ich hab... Ich hab mich doch zum Beispiel... Ich hab mir gar nicht hingeguckt. Ich hab mir das auch geholfen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, früher war's. Ich hab ja noch nur Quatsch. Ist ja scheiße. Ich hab, ich hab dich noch unter, dass, komm. Ja, probier direkt rein. Naja, ja. Kannst du zum Bullen nehmen. Und keiner von uns mitgekriegt. Das ist so geholfen. Nein. Nein, Angst. Keine Angst. Also ich mein, jetzt kannst du zum Bullen nehmen. Natürlich, ja, sorry, ich vergesse, ja, es ist, ja, ich sage... Du musst mal das runterbreiten, weil das ist so ein bisschen klasse Zeug zum Ringen. Das ist zu Haft bringen, da musst du wegwischen. Eigentlich bin ich jetzt nicht. Oder? Nee, das ist ja. Ja, die Wester sind irgendwie alle nicht scharf, die sind irgendwie alle... Die sind auch so für Botanik und nicht zum Abschnitten oder so. Nichts zu vergleichen. Die sind mal so für... Ja, die sind jetzt ein bisschen verspült. Alles gut. Nichts zu vergleichen. Und das ist die Fecke. Na, jetzt ist es von... Weil es nach sehr... Auf den Sitzig und Sitzig heißt folglich derartige Rosenstolz um die Rosen. Jetzt ist es nie gegangen. Bibi. Was? Nichts zu vergleichen. Ja. Du. Ich bin doch gar nicht. Ich bin noch gar nicht fertig. Oh, kannst du vielleicht machen? Soll ich einen Drachen zu basteln? Äh... Ja, das muss ich mir nochmal angucken. Ja, klar, aber der war gar nicht so schwer. Du hast versuch' mal so Schrift... Ist das bei Steps zu erklären? Bei Lord and Baloon das riecht nicht mehr als... Bei der Blume war ich schon raus, oder? Ja, bei der... Mit der inneren aus. Das sah jetzt cool aus. Ja. Ah, das war... Ja. Und das ist... Koppel... Ja, na glaub ich. Ich meine... Ich meine... Also... Nun... Blatt Papier. Da hab ich ja dann... Ja, ich weiß es teilweise. Also... Wollen wir mal ganz kurz was in die Sohne rein... Was tun wir hin? Hm? Ich meine, das ist eine richtige, ehrliche Männer. Welch ein schlechter Mensch? Was? Keine Ahnung. Ich kenn dich nicht. Ich kenn dich nicht. Alter, das heißt so... Nein, aber warum ist das nicht der Mensch? Warum denn das denn? Schlecht? Schlecht? Was heißt denn das? Bist du gerade traurig? Bist du gerade traurig? Ja. Au va? Oh nö, lass mich mal da hin. Nein. Boah, aber... Matze, du hast jetzt noch mal das Handy drüchsetzen sollen. Ja, das ist Matze. Ja? Ja? Dafür nicht, das Handy hier. Der hat immer das Handy hier, aber... PIN drinne. Alter, wie soll ich da reinkommen? Hättest du mal das drüchsetzen sollen. Ja? Warte, was? Warte, was? Warte, was? Nein! Welche... Scheissau. Warte. Sag das mal so. Warte. 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 Das ist bei der SIM-Card. Schön, wenn du vorweint warte. Hallo. Warte. 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 Wie warst du Schwestern? Warte. 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 Es gibt nur zwei. Strom, Datenbindung. Einen aus. Idiotensicher. Ich brauche das Adolf-Kabel, das hat jeder bei sich immer dabei gesammelt. Ich brauche den. Echt jetzt? Ja, echt jetzt? Du, ich verpasst. Deswegen ist es einfach nicht anders. Wenn du einfach mal... Wenn du es einfach das nächste Mal nicht verletzen, das Ding noch hochzunehmen. Ich hab ausgesucht und die Uhrzeit und ich sag, ne Freude hat sich extra ein schwarzes Auto ausgesucht. Weil er dann bedanzt hat. Was soll ich das denn sagen? So. So. So komm ich dahin und ich verstehe. Ich tage. Oh. Wo ist denn das schon? Nein. Meine ähnliche Guntante hat die Uhrzeit verändert. Weil es niemand die Schuld gibt. Weil es meine Mütte gesagt hat, na wenn die die Kinder abgibt, dann kommt die voller zu mir. Nein, ich muss aber auch die Kinder haben. Da bin ich oben. Auch alles gut. Und jetzt habe ich mir auch gesagt, der erste, also von meiner Brustentochter, das hat auch übrig zu machen, ist was zu nehmen. Das ist alles super. Und jetzt habe ich nie gesehen, dass die beiden nicht so gut verstanden haben. Aber eben einfach nur ihre Hand genommen. Also die Hand genommen und sagt, ich kümmere mich um Laura. Aber wir sind alle wie süß. Für den Film war ja erst mal interessant, der Vater hat uns sehr interessiert. Aber meine Mütze trug. Das Stück. Ich glaube ich trug auf unserem Allzeimer. Ich habe nur gedacht, der Oma schläft. Auf einmal kommen die nach Hause. Also wie gesagt, die Große hat sogar das Sparschwein aufgeklappt. Die wollten Mieter gehen und einkaufen gehen. Weil der Küche und der war. Und das mit sie, äh sie war mit sieben. Also ich glaube sie war so zweieinhalb, fast drei. Und sie war vier. Und das mit vier Jahren hat die Überschwein mit dem Bruder versorgt. Guck mal, ob der Blödsinn ist. Ach, mit der Blödsinn. Ach, scheiße. Also wo scheiße. Das ist ja gut. Ne, topf nie die Rallye. Ich habe schon mal mit der Kinder. Ich will einfach nicht. Englisch will ich gar nicht. Nein, nein, das ist... Und jetzt, dann machen wir das mit Schlampe. Und heute sage ich, sorry, dass ich gerade bei jemandem bin, wenn ich gerade Flieh spiele. Und noch die letzte Zeit geließe, bevor ich da rein muss. Weißt du, aber dann geht's ja wirklich los mit der EQ. Also 21 Tage Entgiftung. Dann habe ich gesagt, ich will nicht gleich wieder raus. Obwohl die gesagt haben, da ruhen sie schon mal in die Notberatung. Ich so, hab ich erst gleich hingeschmissen, der Ernst. Ich so, lass da. Sag ich so mit. Sag ich, will ich nicht. Sag ich, ich will von hier aus abgeholt. Wir haben mit ein Auto und sofort weiter in die Entgiftung. Um die Verständlichkeit. Zumindest die Ärzte gerade nicht. Weil sie gerade hier gerade keine Kohle haben. Jetzt sind sie gerade überfüllt. Weil sie alle gerade nicht eingehen. Weil sie seinen Kosmos ja fressen können. Aber ich hab ja einmal zugeschmissen. Ich will ja. Ich will ja. Ich will ja. Ich will ja erst mal, wenn jede Familie ist. Aber das tut mir so weh. Und dann kommt der und wird so. Ja. 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 Und dann ist ja so schlampe. Und Hass, dass ich jetzt nicht. Und ich bin gerade komischerweise froh, dass ich gerade ein bisschen schreiben konnte. Deswegen habe ich es gerade mal weg geschickt. Oder beziehungsweise, er soll mal kurz den Sapper halten. Und dann bricht's auch doof, also ich war nicht mal fertig mit dem Text. Ich hab endlich mal hingekriegt, dass wir ganz kurz was schreiben konnten, auf dieses Scheiß-Handy. Und das letzte was war, es. Und so, ich war nicht mal fertig mit dem Text. Und warst du verhörst? Ich hab's abgeschickt. Nee, ich hab's abgeschickt. Oh so, keine Idee, ne? Ich war nicht mal fertig. Kennen wir alle. Oh, scheiße, geht's dir gut? Wie gesagt, das tut einfach so weh. Ich hab noch kein Ausnehmer. Brauch mal mehr. Nehmen wir mal eine mehr. Jetzt glaub ich, muss ich mich aber nur mit zwei Männer setzen, weil... Also ich bin jetzt froh, dass ich die dritte jetzt getarriert hab. Wenn ich bin halt so richtig. Ganz ehrlich. Show. Wie gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Ich hab alles verloren. Ich hab alles verloren. Skull. Skull. Auf nisch. Auf uns. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Eigentlich glaub ich, ich war gestern. Ich weiß nicht genau. So, ich war doch... Wir sitzen noch nicht zusammen. Wir haben gerade was zu tun, die Frauen. Wir haben gerade was zu tun, die Frauen. Weil es kalt werden könnte. Das ist leer. Mh. 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 Kannst du nur mal hier kurz mit Marcel die Plätze tauschen? Nein! Ah, das hier! Die sind doch hier, die Wii. Die steht da, aber da steht immer Xbox. Sven, die will immer noch Wii spielen. Die will Wii spielen! Alle fünf Leute da. Die will Wii spielen, nicht Blur. Am besten wäre eigentlich irgendwas hier, ein bisschen Bowling oder sowas. Dein Mann ist so. Was wolltest du jetzt von mir? Die will Spiel spielen. Und du? Aber Resident Evil für die Wii. Dann kann ich das machen. Ja, wirklich. Hast du? Die Vier? Vielleicht die Vier? Nein. Kann man nicht. Alle hier so... Können wir nicht mit... Alle fünf zusammen hier... Äh, äh, äh... Bowling spielen? Wie viele gehen bei Worms? Stopp! Wie viele... Wie viele... Wie viele Spiele... Können Worms spielen? Einer... Bitte reden. Danke. Worms-Armer. 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 Wie viele Spiele können Worms spielen? Äh... Spiele ich ganz bestimmt nicht. Da wird man spicklich. Ich bin schon mal raus. Ich stelle mal die Frage in die Gruppe rein. Ich höre einfach zu. Nein, nein. Das ist... Das ist... Das ist die Frage an dich gewesen. Ich mache jetzt Blur rein. Weil du... Ich mache jetzt Blur rein. Dagegen? Worms? Wie viele Spiele... Blur? Blur? Auf jeden Fall Blur. Meine reine Autos. Hallo Neue. Hallo Neue. Wie ist Brot? Kein Victor 2. Ich mache jetzt Gruppe rein, okay? Wie ist Brot? Wie ist Brot? Da fuhr immer gegen... Du bist dafür. Ich sehe schon, du bist dafür. Na ja. Geh doch. Wir machen das Gruppe rein. Der ist jetzt... Ich esse dich glänzend. Nein, du hast es dir voll versprochen, dass er mich spielt. Also... Wusstest du dich schon dran halten, ne? Wie ist Brot? Gerade noch... Weißt du? Gerade noch... Deine Idee war es nur zu zocken. Ja. Der hat nämlich gerade auch... Hat er nicht, oder? Da muss ich jetzt... So... Oder nämlich... Oder... Oder Controller so, wenn ich rauche. Weißt du? Also wenn die Frau... Oder du hast schon den hier zu mir so... Wenn die Frau hier quatscht haben, weil du... Da kann man auch zocken können. Ja, siehst du? Machen zu oder so. Ne. Ich habe doch mit meinem Controller... Ich habe gerade nur noch gesetzt und sagst, Ne, wir zocken wie? Bist du bescheuert? Ja, hast du doch gesagt gerade? Ja, ne, wir zocken wie? Ja, du bist bescheuert. Hab ich gerade gesagt. Ich weiß. Du hast es ja eher versprochen. Danke, Alter. Ja, ich bin kurz davor auch noch Kiara gegeben. Kupf oder zahlen. Ne, 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 ne. Wir nehmen den Chip. Kupf oder zahlen. Ich bin kurz davor noch Kiara. Ich bin kurz davor noch Kiara. Ja, dann... Ja, dann... Wie gesagt, geh eh bald arbeiten. Dann sind die Ehfas ausgesetzt. Das funktioniert mit mir nicht heute zu. Ich... Wie gesagt? Das habe ich doch geschafft beschreiben mit Kiara. Ich bin gerade hier. Ach so, das wird dir. Ich denke, das mal hier soll. Ja. Das ist doch der Fall. 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 Das war... Ich bin der Siebio auf das Fall. Das ist meins. Das ist doch nicht meins. Scheiße. Alter, warte. Nein, das ist meins. Deswegen... Denkt niemand. Ja, das ist ja so... Du hast dir gesagt, du hast ja alle hier... Naja, das war es mir wichtig. Ganz nah an die Vorstellung. Schnauze. Wow, ich habe mir diese... Schnauze rüßt. Schnauze rüßt. Schnauze rüßt. Schnauze rüßt. Schnauze rüßt. Schnauze rüßt. Für mich kein Problem. Bis nichts. Egal, das geschieht, weil... A ist eben noch da. Ich muss sagen. Ja. Keine Bier. Dann müssen wir noch mal Bescheid sorgen. Sie sind gerade am Arsch. Wann ich jetzt? Söne hier. Die wollen die gerade hauen an. Ich hab mich jaulen. Das hatte ich schon gemerkt, was ich gemacht habe. Was? Ja, gerade die Frau hat schon gemerkt, was ich gerade gemacht habe. Ja, die will ich auch immer was anderes fragen. Ich will gar nichts fragen. Nicht, nicht, nicht. Es ist immer noch Xbox und nicht Wii. Sven, jetzt mach die Wii an. Ach so, ja. Du hast es ja versprochen, du Pfeife. Und dann muss ich noch kurz darüber rutschen, weil... Also, zum Beispiel die zwei Männer hier. Das ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Gib mal die zwei Männer her. Ich muss zwischen die zwei Männer, habe ich gerade gesagt. Ja, dann musst du zwischen mir und meine Frau sitzen. Weißt du, was da mit Roddy? Ja, weil wir drei wieder tauschen hier. Der Laufbrau habe ich gerade mein Herz aufgeschüttet, ja. Und zu dir? Nein. Alles besetzt. Und das mache ich nicht bei jedem. Ja, bei jedem. Ich weiß, ich freue mich auch sehr darüber, aber... Die ist echt düst. Du wolltest jetzt zwischen zwei Männer sitzen, also... Sie ist doch zu... Nein, das ist Ronny. Ihr bin nicht, ich bin Mann. Das ist nicht Ronny, nein. Das ist nicht Ronny. Nein, nein, das ist nicht Ronny. Nein, nein, das ist Ronny. So, jetzt sitzt du zwischen zwei Männer. Wirst du? Zack, zack, so wie das ist. So ist das. Ich darf huscheln. Ich habe sie mir gesagt vorerst. Ich bin auf Polen, ey. Ist das nicht schlimm? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Svenja. Was ist denn? Check it, baby. Check it, check it. Check it, komm. Ich muss sie ansprechen. Ich muss sie ansprechen. Vorsicht. Svenja, jetzt mach ich, Vivi fertig. Was machst du denn da? Ich will ihre Hose nach Osten schieben. Ja, du hast dich... ...besschen... ...juckst du? Ja, du hast ja... ...die Ritz da ganz... ...mach sie ja hoch. Juckst du, ey. Mach die Beine da weg. Ich kack sie raus. Ja, da habe ich doch letztens eine Mauer gehabt. Nur mal das Licht aus. Na ja, ich bin ja neu. Wenn man das heilt, dann trackst du da ja nicht mal dran. Wenn du das heilt, dann trackst du da ja nicht mal dran. Wen juckst? Ne, wen juckst? Nein, wen juckst? Wen juckst? Nee, nicht. Also... Die Frau gefällt mir, also... Was? Ja, ihr gefällt mir das Gegenseit? Das kriegst du... Hahahaha Also... Wen... Wen juckst? Ne, aber ich wollte... ...den kurz zu holen. Warte, kann ich noch mal holen? Sorry... 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 Warte, wie werde der dann jetzt seinen Arsch mal in den Weg schrafen? Bitte? Ja, nicht so... Nee, ich wollte immer auf den Nikas runter. Achso, ja. Wie sind die... Wie sind die... 1 bis 10 bitte... Ja, also ich bin jetzt eh... Zeitspanger? Ne. Mein bisschen! Da kann ich doch noch was hast. Wenn du sagst, dann ist die Zähne. Ne, aber saubere Zähne, weil die gerade so geklittert haben... Ich... 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 nein... ich... Nein, ich halt nur so... Ja! Halt's mal, oder? Schenk auch Ökofo nicht ins Maul. Oh! Oh! Tja! Tja! Ich hab ja Kabel hier heute... Guck mal, ich hab auch über der Pitten-Tasche... irgendwas schüttel nicht... Ich hab ja grad zwei Meisen zwischen meinen Kopf... für einen und eine Armei... Und so ein Armei... Ist ja Armei... Das war's größte... das war ich nicht... Das hab ich... das hab ich... Da schau mal... Ich bin aber ein roter Milain... Dazu müssen wir... Gut vorn rein... Ne, ist ein Turmverg... Ah, das halbe Räuft muss öffnen... Klingen auch weit verbreitet... Ah! Ey, du würdest nicht das spülen... Also echt nicht... Wie hoch willst du grad dann jetzt... Hallo? Wie hoch willst du grad dann jetzt... Jaul... Ich... das ne... Ich will wie's gut spülen... Ich will wie's gut spülen... So... Wie's auch... Nein... Und wenn du jetzt sagst, du hast das nicht... Und deswegen... Lachst du so durch... Das heißt, das hast du nicht... Das ist gerade so unrecht... Nö... Lache nicht... Habe ich's recht vor... Das hat der nicht vor... Das hat der wirklich nicht, oder? Ey, yo... Schlagen ist schon Körperverletzung... Oh, feine... Nicht... Nicht einfassen jetzt bitte... Komm, nicht anfassen jetzt... Das ist immer... Oh, das finde ich hier gleich... Oh, das finde ich hier gleich... Hahahaha Lass doch mal... Ey, nicht tatschen... Wenn ihr dazu wird... Oh, guck mal hier... Das ist immer hier... Was machst du denn? Du sprich... Sex, please... Ähm... Ich hoffe, dir geht's gut... Aber bitte nicht... I'm all over sex... Sie hat gar gesagt, sie soll jetzt das machen... Ja... Was ist denn da noch ein Spiel drin, was das mir nicht gefällt... Ich bin so Worte... 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 Worte... Ja... Lett's zum Wurz... Wurz... Wurz wrestre... Nein... Elfahre... Wurz... 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 Das Wurz... Whum... Hey, das Kraut vom Wurz... Danke Sophie... Ich sag doch... Ich sag doch, Kadja... Ich hab gar kein W-Wonings... Und ist... Das ist alles... Ohne H-Phone... Ach Bre到底... Ich hab das weis raus ... W... Das weis raus hic Salvens? Ich vertraue... Ne wirklich, das ist nicht witzig, das ist wischig, weil sie... Nämlich Keks aus der Lade. Ne, 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 ja, das ist alles dabei. Ja, ist auch Zeit. Ich jetzt halt nicht mal wachlos. Erst in zwei Stunden. Erst in zwei Stunden. Ach du Scheiße, warum ich schon mal so viele Nachrichten... Wer ist ich? Wie viel hab ich denn? 19. Guck mal, ich kann ja nämlich gucken, wie viel hab ich denn ich hab. Oh nee, das riecht alles. 16 plus 16 hab ich. Ja. Schön. 33, 50, 51. Das reicht 5 Minuten. Ah, will ich nicht mehr, was es ist, wo sich der Controller... Gibt mir noch 10 Kontrollen, bitte. Dankeschön. Ich überlege... Gedeiht und nichts. Ich hatte Lawine. Wärst du noch gedeiht? Darf du guck mal hier oben. Meine Gäste Spiele? Ja, magst du was bitte? Ab und auf. Ich mach so. Deswegen so blau. Das ist ein komischer Sensor. Hab ich ehrlich gesagt? Das ist ein komischer Sensor. Habe ich ehrlich gesagt? Das ist ein komischer Sensor. Habe ich ehrlich gesagt? Einfach Warnsch an Engel. Oh, eine Mast. Einfach Warnsch. Mach immer, hol ich dann. Ich finde... Ich finde es... Ich sehe die... Da fehlt nicht. Ich sehe was, was vorher nicht gesehen hab. Cool. Das ist ein freieses Scheiß. Das ist ein komischer Sensor. Das ist ein komischer Sensor. Das ist ein komischer Sensor. Ich hab mich grad gesehen. Ich hab mich grad gesehen. Alter, ich hab mich grad gesehen. Ich kann vorwärts-zurückwas legen. Ja, da kommt man im Schnellstuhl. Sendi sucht den Sensor. Äh, ne, ne, so weit war ich nicht. Ich war hier irgendwo. Sieht man da irgendwo vom Wasser? Wo hast du den Sensor hingestellt? Gefangen. Ja, warte, 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 ich hab nicht rausgekommen. Wie machst du das? Geh mal her, die Wasserflasche. Nee, ich die, die andere, die mit nur Korken. Ach, Dieter. Genau. Die Anti-Fuß-Drehte-Flasche. Die wäre gerne Medium-Quelle-Sylvana-Original. Ich hab auch noch eine Flasche von hier bei meiner Tase. Wurde ich? Ja, ich krieg mal schon Wasser. Ja, schön, dann. Man versteht sich kaum noch. Ja, hier, guck mal, guck mal. Was ist das? Wasser. Einfach mal hier, Mutti spielen. Das ist Wasser, ja? Das ist jetzt dieses Baby, das wird jetzt über Mutti. Das ist ganz gut, zu der Stelle auch noch. Scheiße, da haben wir nicht mal genug Bier. Wo ist ja wirklich Wasser? Wir fangen an mit Wasser aus der Rodka, aus der Sexflasche, aus einer blauen Flasche. Oder aus der Reise. Oder aus der Reise. Der Sensor wird weg. Zweimal, ich hab schon zweimal Reise. Das ist das Wasser. Das ist nochmal gut so. Zwischenruf ist so. Jetzt führst du dich mal ganz kurz. Wo ist der Sensor? Wo ist der Sensor? Nein, das ist nicht mehr so. Nein, das ist nicht mehr so. Wo ist der Sensor? Der ist angemeldet. Aber wir wollen das gar nicht mehr zocken, weil wir schon mal was anderes her machen wollen. Nein. Aber trotzdem, wo ist der Sensor? Die will wie Polen spielen, Kollege. Ja, aber trotzdem, wo ist der Sensor? Ja, aber trotzdem, wo ist der Sensor? Ja, das muss man feiern, oder? Ja, das muss man feiern, oder? Selbst wenn es das nicht... Da muss man sagen, als Vol ist es umso kräftig noch feiern. Irgendwo da muss der Herr sein, eigentlich. Achso, das meinst du? Nee, die sind da hinten im Seifern, weil ich auch so bin. Der Helm funktioniert jetzt auch nicht, ich bin da mit der Familie. Nein! Wir wollten doch gar nicht, wir wollten ganz hoch zucken. Achso. Nein, doch. Wer wollte denn? Du hast es ja versprochen, wie Polen mit dir zu schmankt. Nee, ich will wohl nicht. Ja, aber mit ihr zu zocken. Nichts da. Ich mein, das ist Felsspiel. Der hat sich nur transformiert, ein Walfisch, oder? Und die Sensor-Dinger, die... Ja, aber die werden ja wirklich... Ja, da muss man dahinter greifen. Hören wir doch mal zu. Müssen aber auch nicht. Die müssen ja oben drauf verdicht werden, weil die habe ich durch den Luftdruck von... Ja, wirklich schon. Votokanal, Wetterkanal, Wetterkanal. Ja, wirklich schon. Na, richten Kanal. Alles gut. Eigentlich wollen... Entdecken sollen... Obstehen... Ja, nicht du. Nicht du. Erweiß ich nicht, was meine so... Erleben Sie Spieleklassen. Dieses schwarze, schmalen Ding. Vorsicht auf dem Fußboden. Wir wollten uns einmal jetzt spielen. Internetkanal. Ja, das ist mal. Ich habe doch Deutsch getroffen. Wie? E-Shop-Fotokanal. Meinungskanal. Juhu. Spiele-Download. Hallo! Hallo!!! Ungemerkt. Internetkanal, Nintendokanal Clips. Ja genau. Such mal das. Welches brauchen wir noch mal? Das blaue oder das rote? Das pick mal. Internetkanal. Ich habe mal echt ein bisschen recht. Autos ist độngkanal. Autos ist độngkanal. 3.35 Uhr. 22.2. Freitag. Wie spät ist das? Was ist das bei? Dreh mal den Schirm, du. Mann, echt. Ihr seid sehr nebeneinander beim Zocken. Da ist auch ein graues dabei, ihr müsst beide ihn packen, sonst klappt das nicht. Das ist nämlich so eine Multifunktions-Miss-Booten-Scheiße-Sauber-Bastel. Wir sind so nebeneinander. Was habt ihr hier oben hingelegt? Von mir. Ja, ja, es sind zwei. Ein graues und ein schwarzes. Ich bin jetzt auf der Zusammengang. Nein, nein, nein. Ist so, hier ist es schwarzes Rohde. Ist so, hier ist es schwarzes Rohde. Nein, nicht das. Oh, oh, oh. Nicht er verschieben kann. Nicht er verschieben kann. Nicht er zurück. Nicht so rumreisen an. Nein, nein, alles gut. Hat er auch nicht gesagt. Ja, ja, ja. Danke. Und, da ist noch ein graues auf dem Boden, das genau so aussieht. Das ist jetzt hätte zaubert. Oh, bitte nicht, ob ich draufhören. Ja, ganz viel. Das ist gestört. Das wollte ich damals, die Masken dann hier gefragt. Oh, war ich das so. Oh mein Gott. Also, wachst du das verraten. Ich war es nicht. Achso, ich auch nicht. Cool. Okay. Wie soll hier alles dran hier? Wie soll hier alles dran hier? Ja, ich hab was zufrieden. Da muss noch so ein schwarzes Teil sein. Ja, ja, aber langsam ziehen nur. Nein, nein. Das liegt ja genau vor dir auf dem Boden. Oh, so was dickes. Was? Das ist doch die ganze Zeit. Ich sag mich zurück, Alter. Sprich, mach du noch. Wer hat mich weg geschoben? Nein, nein. Ich weiß es jetzt aber nicht besser, Alter. Nein, ich meine... Cool, aber... So, müssen wir jetzt von mal ankommen? Du willst doch viel spielen. Ja, aber... Du hast hier ja auch gemacht. Ach, alles muss man zuhören. Warte, warte, warte. Ich hab noch einen Namen einer bekannten Freundin vergessen. Du kannst. Holly. Ach genau, Holly. Wirfden und Doppeln. Ohne die Herzen. Aber wir müssen das verändern. Das ist doch toll, das geht ja alles so. Aber es ist cool. Ich finde das geil. Oh, ja, ja. Machst du, Oma? Oh, ja. Oh, ja. So. Geh mal. Also... Danke. Du hast den Geisten. Der klebt doch durch. Der ist toll. Nee, ich muss nicht... Nur einmal. Ich muss nicht mehr sagen. Nur einmal? Hm? Was hätte ich jetzt dagegen tun müssen? Da sagt man auch... Oh, du sagst! Das macht mir doch noch einmal. Oh, ja. Oh, ja. Alles gut. Was ist denn da? Dann wären wir wohl immer wieder. Dann wären wir wohl immer wieder. Das ist so... Meine Frau hat sich so leid. Ich hab mich bei der Brille in der Heide verloren. Ich kann ja einen Ausstattung haben. Nein, das ist meine... Ich hab sogar eine Familie in der Brille in der Brille. Ich kann einen Ausstattung. Ich kann alles sein. Und wenn du sagst, ich bin blind. Ich sollte es aufsetzen. Ich sollte es aufsetzen. Ich sollte es aufsetzen. Ich sollte es aufsetzen. Nee, ich nicht aufsetzen. Das ist so eine Ultralupe. Da siehst du die Messe. Hallo. Auf Abstand ist es gut. Nee, echt jetzt? Auf... Ey, ich war alles gut. Das ist für meine Kurze. Das ist so eine Lupe. Ich bin nur für sie kurz. Tja, das ist abgefallen. Ich bin auch kurz. Zeig mal. Zeig mal. Oh cool. Ich bin auch kurz. Zeig mal. Zeig mal. Zeig mal. Ich bin nur für sie hinlaufen. Ja, schade. Ich dachte lieber zum Aufladen. Ich dachte lieber zum Aufladen. Ich dachte lieber zum Aufladen, weil die fachst du aus. Ich bin nur für meine Picken. Ja, schätze. Oder einfach mal Augen zu sehen. Weißt du? Deine Brille. Das komme ich schon an. Genau. Ja, das ist was. Ja, das ist was. Die Brille hat nie Urlaub. Die Augenhauber. Ey, das wird mit mir gerätst, was da drin ist. Alter. Ich darf das haben mit der Brille. Crazy. Ab, 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 ab. Ach das für ein Geschmack. Boah, Alter. Ja, halt dich mal fest. Das Ding ist leer, oder? Das Ding ist leer. Das Ding ist leer. Das Ding ist leer. Ich würde nur mit meinem Ex damals hier, also mit meinem Tochter und meiner Tochter sind wir auf diese komischen Aussichtsturme hier in der Heide gelogen. Mein Tochter stand da. Komm, du schaffst es heute. Ja, Alter. Da hatte Emma auf dem Abend. Danke, ja. Wo ich oben angekommen bin. Ich glaube, sobald das Zeichen erstaucht, ist das nicht mehr so übel. Ich habe so gekriegt mit Emma. Ich meine... Keine Ahnung. Ja, ich werde wegen einer Socke. Nimm noch ein bisschen, dann verstehen wir dich besser. Bück dich. 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 Beim Action der Socke. ching. Bowren sie. Wenn die Bar aufrascht du dich. Wir werden sich die Hälfte der Socken gefressen. Ey, ich kann nicht auf. Oh, hi, ich kann nicht aus. Komm schon mal, die meine... bolt der Lavum... Ein 빨리fahr. Nein. Nehm. Geht auch nicht. Elis Noir spielt immer Sister Ne horrible. Okay. H рав sis. Vanessa Herr frdepth er lab- Ihr bist von Meinstudenten. Oh, wie fällst du denn? Sorry, dass ich gerade so ausgedrückt hab. Wie wartet ihr denn da? In der Dauer wird da noch raus. Ihr fragt keinen Controller. Also hier, guck ich, da ist doch aus Twitter. Was ist das denn da? Guck ich, da ist doch aus Twitter. Zwei? Der kann jetzt schön gleich mit ihr spielen. Ja, stimmt. Ich guck zu. Wir gehen eine Runde miteinander. Aber gleich. Wie viel werden wir uns sparen? Schnell. Nee, das ist noch nicht. Noch nicht. Wir hatten eine Männerrunde. Ja, ja. Aber jeder macht noch. Also, die bleibt. Die Hunde. Ich kann da bestimmt mal hingehen. Wir müssen uns rutschen. Gebetschtkommen. Ich? Ja. Was darf ich hier hinter? Was muss ich hier unterleben? Ich hab ein Glas Wasser, Patrick. Ich hab mal Wasser aus der Flasche. Nur so einen Platz für dich, mein Freund. Setzt sich das nicht. Gut. Okay. Der wartet, wie hat sein Wasser ins Gehen setzen können. Ich so, ja, gerade hier. Komm ich auch aus der Fuß? Nee. Ich wohne hier. Ich wohne hier. Ich wohne hier. Suchst du den? Du Herr Scheiße. Ich speise den Apfel um keine Scheiße. Ach, ach, ach. Ach, ach. Du hörst doch. Wir haben mal kurz den CD-Rosen. Das ist doch keine drinne. Doch. Du hast das selbst voll auf den Knopf gedrückt. Ja, ich hab keinen CD-Rosen. Nee. Was hat er aber? Weiß. Ich weiss, Wasser, ich weiss, willst du dir was trinken? Ja, es geht nur drin. Jetzt bin ich da marsch! Er hat sich eingereicht, er ist nach wie vor, als er rausgekommen ist, muss er mir nicht noch verantworten können. Wir haben gestochen. Sabella, blabla, wurde entlassen und arbeitet jetzt selbstverständlich. Können wir mal dafür die Seele rausmachen? Das ist egal! Ich habe doch gerade noch mal draufgedrückt, dass wir alle drin sind. Meine Güte! Ich habe keine Ahnung von nichts, aber ich kenne mich aus. Ich habe keine Ahnung von nichts, aber ich kenne mich aus. Ja, die glatte Höhlen, ey. Da quatschst du jetzt vor sich hin so, weißt du? Ja, da war ich schon die ganze Zeit, dass ich wurde. So rum, rein? Nein, dann habe ich so. So, muss ich ja gucken. Was? Also... Einfach mega schnell vorlesen, Mann. Ich darf nicht gucken. Aber ich weiß nicht, wo wir hier haben. Da schreit ich ein bisschen Knöbelball. Hast du noch einen zweiten Controller? Eben, du trinkst nicht? Eben, du trinkst nicht. Eben, du trinkst nicht. Eben, du trinkst nicht. Eben, du trinkst nicht. Hast du noch einen zweiten Controller? Schrei mich hier an, ich habe einen Knöbelball hier. Ein bisschen Knöbelball. Alter, sag mal, ich habe doch gesagt... Der ist fein strömt für Piroprin. Da musst du dann gucken. Wie mein da? Ja. Hast du noch einen Controller? Ich ne? Hast du noch einen zweiten Controller? Ja. Der Dicke ist schwarzer da. Was? Andersrum. Ach, den kann ich auch so. Schau ich dir da. Der hält bestimmt auch Reiflicht. Ja dann. Nein, da fühlt sich alles noch da in der drinnen. Keine Ahnung. Wieso? Nee, ich rühre nicht. Ich fasse was hier an. Warte, warte, warte. Das fühlt sich an, als wäre da einer drinnen. Nein, da ist bestimmt Worms drinnen. Ach, da ist Öffnen. Ich habe jetzt seit irgendwo noch das Witten. Nein, 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 nein. Einer ist rum. Oh Mist. Ich habe öffnet uns alle. Hm. Ja, ja. Ja. Abfangen Sie mal an. So hoch. Hm. Ist das jetzt da rein? Oh, ist das hier, oder? Sind's wirklich da rein? Was? Ja, das ist gleich mal. Hä? So, jetzt siehst du, was das Spiel mit Mario geangascht hat? Nee, ich hatte schon ein Booster, ich hab noch schon ein Bücher zwischengegeben. Und was haben wir überwiesen? Böhmer hatte ich schon, über Box. Also nur mit Pommes und Bruchkraut. Ey, das ist Zitronischwein. Hör auf meinen Nacken, dann müssen die Signale. Alter, du bist ja so eine richtige Märchenerzählerin. Nein, 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 nein. Das ist die Fixpunkte. Wobei, du kannst ein kleines bisschen Leiden nehmen. Ich anfassen, meins. Danke. Ich anfasse, es ist meins. Musst du anleggen, dann kann ich sagen, was du. Ja, es tut. Ich lege die Handgelenkschlaufe. Ich habe schon auf dem Mund an die Leiden. Aber das ist eigentlich dein Kontroll. Du fährst in- und auswendig, wo? Drücken wir den A-Knopf. 2008 Nintendo, Player Player. Schlucki, ist eigentlich dein Kontroller an? Nein, nein, nein. Ich bin ja die 1. Ich guck mal, wenn du im Sturm an dein Ohr gehst. Wenn seid doch so an. 50 Kubikzentimeter, 100 Kubik, 150. Ach, da seid alle Mühe. Was steht denn da? Ich bin gelb. Der geht doch um und rauf. Hier um und rauf. Das ist Training, Junge. Für was? Für was? Wir haben ja gewählt wie vorhin zu sein. Spiele 1, Spiele 2, mehr Spieler, mehr Spieler, mehr Spieler, mehr Spieler, mehr Spieler, ne du musst mit dir spielen, nein, du musst mit dir spielen, weil geht nicht. Das für Esthärchen habe ich schon mal gespielt. Ihr seht nicht, keine Ahnung, aber was ist das? Ihr müsst erst mal auf den Bergspieler gehen. Nee, ihr müsst darauf gehen dort. Wir haben immer hier, warte mal, da müsst ihr mal irgendwas machen da. Hallo da, ja, connecten, bitte. Ich kenn mich da nicht aus, ja, da kennst du dich aus, das ist ein Zocker. Ich kenn mich da unbedingt, ich kenn mich da nicht aus. Da muss ich da nur zocken. Jetzt muss ich jetzt so was tun. Ich weiß, dass ich da halbwegs... Voll ist schon dabei. Aber wir sind doof, Mann. Wir sind die doofen Männer. Ihr kennt ja voll die Jungen. Du bist du echt. Ich bin auf dem Kontrollen, ich bin der 2. Bin ich Spiele 2? Wo ist das 2? Ich bin drinnen, ich bin Nummer 1. Nein, der hat mich verdrückt. Scheiße. Nein, das ist mein Fehler, sorry. Danke. Nein, nicht da unten, nicht da unten. Das ist alles falsch. Das ist mit online. Das ist online. Das ist nicht online. Hey, setzt euch nebeneinander. Ja? Ah, bitte, setzt dich da mit drüber. Das ist besser, gehört mir. Nein, deswegen. Ah, da haben wir schon angeschrien, ja? Richter. 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 Halt den Mund jetzt. Richter. Ja? Tatsächlich, ich spuke doch. Eins. Ja? Ähm, ja. So, warte, ich bin eins. Mehr Spiele. Fass das Ding nicht an. Was hast du? Hier geht das doch nicht da oben. Geht nicht. Das gehört mir aus Mainz. Ich bin zu Gast. Hände. Danke. Schön. So, siehst du? Zack, zack, zack. Ja, aber es geht nur von zwei. Zack. Oh, da oben. Wahnsinn, was wir noch können. Machen wir. Ja. Wenn sollen. Ja, aber jetzt ist gut. Und zack, zack. Bin ich. Bin ich. Geil. Nicht bin ich. Bin ich. Nicht bin ich. So bin ich. Geil bin ich. Ach so. Ich hab schon so billig. Ja. So billig aus. So bin ich. Oder so billig draus. Danke. Jesus. Ach so. Ich bin sogar umsonst. Müsst du immer hier auch. Müsst du. Schau das nicht mal. Wie baut dir aus. Irgendwas hat sie mir erzählt. Sie hat mehr. Gebt mir mal einen Controller noch hin. Zwei davon noch mehr. Nee, der ist los. Ha. Was? 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 Hast du gesagt? Sie hat sechs Celos ungelost. Ich so. Den nehm ich zwei. Du musst dir immer auch wieder den Controller hinnehmen. Und wenn er Kicken aussuchen kann. Wozu? Nein, ich schwörst. Also ich. Bist du. Guck mal. Was tut sich jetzt? Den Nagellack, den ich drauf habe. Mein rechtes Bein. Ich schwörs. Oha. Da. So sieht es jetzt aus. So sieht es jetzt aus, als es getrocknet ist. Ich drossel. Was ist denn, ne? Was ist denn, ne? Was ist denn? Was ist denn? Das ist echt. Das ist echt. Kommt, wäre mal gut. Ja, ja. Seht ihr echt nicht mit der Freude? Was machen das halt von dir bei dir? Das war ich drüber. Ähm. Weißt du? Nein! Was denn? Schreien die so rum? Die Menschen. Yoshi und Mario. Hast du Yoshi, ja? Ja, ne. Hab ich noch nicht. Ich hab ja gar zu welche. Ich will Yoshi, ja. Da musst du auch Yoshi gehen. Da musst du ein B drücken. Ich will Rauchen. Ich auch. Wieso B? Das ist alles doch hier. Du musst auf Yoshi drauf gehen und an A drücken. Oder Yoshi. Jetzt hast du die. Jetzt hab ich die. Die hab ich ja auch bei mir gefunden. Das ist voll toll, ne? Du bist halt zu bei mir schon. Achso, was? Ich noch mal zu? Malocard. Achso, ja. Äh, sorry. Ich bin ein bisschen raus bei Vi, ja. Also es hat ein bisschen dauernd, dass ich da mal reinkomme. Kannst du mal jemand anderes aus mir ins Ohr schreien? Das war übrigens geil. Das schaltet ja schön. Was jetzt ist? Bisschen zum Wind. Sie haben alle gelacht, weil ich mich zwischen zwei Frauen gesetzt hab. Als Bitch. Jetzt drücken wir mal wahr. 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 Ey, was denn? Ich darf noch zeigen. Wolltest du ihn auch tragen? Ja? Im Versatz? Ich darf noch eins drücken. Oh nee. Mein Mann macht den Mut mit. Drück einfach zwei. Du mein Mann machst den Mut mit? Äh, wenn drück oder mal zwei. Zwei. Drück immer zwei. Ich? Achso. Ja. Ich kann aber auch hier meine Gott noch. Achso. Oder die von mir nehmen. Das ist noch besser ein Punkt. Wollt mal kurz. Wollt mal kurz. Wollt mal kurz. Nein, ich würde immer. Wenn du schenkst mir ständig Dinge, das ist unglaublich. Was? Ich habe die Prinzessin so. Ich nehme Winschnittige Prinzessin. Manuell. Ah, der wird alleine schalten mit der Brustmahlzeuge. Winschnittige Prinzessin. Ja, alte Prinzessin. Stopp, stopp, stopp. Nee, er hat recht, er hat recht. Ich freu dich gerade an. Geht lieber auf Automatik. Ich zeige Prost. Dankeschön. Prost. Ich mach's mal. Kannst du die Mutter mit deinem Mut? Die Mutter wollen wir lieber brechen? Ich komme schon eine ganze Weile nicht mal mit. Wie wäre denn jetzt hier Wasser und so? Dann, dann der Mann. Ey, dann darf ich nicht gucken. Das ist gut, lustig. Da ist so eine Zigarette zu Ende. Ähm, ja hier. Pilztod. Totsfabrik. Ah, nein. Nein, Totsfabrik. Also... Warum nicht? Einfach von vorne an. Arschgeigen. Ey, die hat mal. Feigling. Was ist das für ein komischer Geist? Hallo. Sorry, Totsfabrik. Feigling. Warum nicht? Der macht doch. Drück doch mal irgendwo drauf hier. Das Ding muss auch unten hin. Ich kann das nicht. Achso, okay. Ah, achso. Das ist so gut. Ich bin die ganze Zeit da. Ich muss es. Das ist so viel Platz da unten. Warte mal. Wo ist Gas? Wo ist Gas? Wo ist Gas? Äh, ey, warte. Warte. Das muss man schon stimmschreiben. Das... 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 Das ist... Kfz. Kfz. Darf ich? Nein. Ah, scheiße. Ja. Nein. Nein. Huch. Ich weiß, wo ich bin, aber das ist gerade so gelöst. Also hier steht immer so, wo war ja viel geblieben. Im Moment verstehst du mich jetzt. Verstehst du mich manchmal, ja? Schnauze, ja. Verstehst du mich manchmal? Ja, verbinden sich wohl mit mir. Ja, da ist der Mann, danke, danke. Jetzt mach doch endlich mal. Mensch, mach doch selber hier. Du hast gesagt, du spielst mit ihr. Bitteschön. Ich spiel dir jetzt selber mit ihr und jetzt kriegst du sie mit. So, jetzt kannst du mal mit ihr spielen. Boah, ich zocke nicht hier. Jawohl. Ja, ja, ich weiß. Oh, ich kenn das doch. Oh, wie ist das? Hier, probierst du einfach. Da musst du dich bewegen, das ist scheiße. Du bist rechts hoch, runter und so. Du bist dran losfahren. Ja, doch. Wir haben schon alle gefahren. Du bist dran. Du bist dran. Ey, du bist die Prozessin. Du musst ruhig sein. Du bist schwarz oben in der Hand. Ihr musst das so hier drehen. Ich kann das nicht. Außerdem fühlt sich das echt gut an. Bei dem schwarzen langen Ding hier. Was zu bewegen kann. Das ist klar. Ja, heute, du kennst dich aus. Ich hab das nicht. Okay. Ich bin der Charterer Sieg im Fernseher. Ich hab's ja gar nicht. Ich hab's ja viele Leute. Bitte noch. Wie ist denn das nur? Das ist aber der Dachshundeskinder. Das ist aber normaler. Nein, mach doch nicht das hier. Sven, du hast gesagt, du hast es hier versprochen. Das von den Tenten. Siehst du, das bräuchte ich überhaupt nicht hier, wenn ich da will. Bluer, du meinst Bluer. Mit den Autos. Nein, die gleiche wollen. Ja, das musst du Knöpfe drücken. Mit erwachsenen Autos? Also mit echten Autos? Nein. Ich wollte es. Hast du den Maxim? Du verstehst mich. Ja, weil ich voll geduld bin. Was sagst du das aus? Nichts. Schnauze. Warte mal. Ich hab doch gar nicht, Alter. Ja, ja. Was war das? Ich wollte ihn noch nicht machen. Hier, spiel du mal. Du schaltest ein Spiel. Entschuldigung, ich wollte dich nicht hören. Du hast es hier aufgenommen. Ich hab mich nicht verliebt. Sorry, ich wollte dich nicht hören. Ich wollte so machen. Ich wollte eigentlich auch auf dem Preis raus. Also, du machst einen zu, was du willst. Mach es mal. Keine Ahnung. Du kannst nicht spielen. Du kannst nicht spielen. Du kannst nicht spielen. Ach so, ja. Nee, wenn er nicht spielen will, dann kannst du nicht spielen. Du kannst nicht spielen spielen. Geile Einsicht. Gute Einsicht. Nee, weil... Du kannst nicht spielen spielen. Du kannst nicht spielen spielen. Also... Sorry. Aber ich bin noch ein bisschen... Ich mach's ja nicht. Auf Steherrunde. Ich muss ja eh dann losgleichen. Ja, eine Frau spielen. Ja, nicht so. Das ist nicht eh was. Und ich... Ja, ist es. Ja, ist es. Wir rüchten alle wieder nach hinten. Ich geh jetzt auch zu wollen. Ja. Oh, ja. Ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg. Aber du kannst gerne Blurzungen, wenn das... Nein, das hast du. Nein, das hast du. Genial. Warte mal. Kann man schon mal ein bisschen rüber? Mach mal. Jeden. Ist ja unser. Das ist gestern. Irgendwie, warte noch mal ein kleines Bierchen. Das tut das auch. Au! Das ist jetzt schon... Es ist eigentlich doch... Irgendwie hab ich jetzt immer wieder auf meinen Füßen. Äh... Ich hab jeden Fall nicht... Kann das sein, dass ich die Heilige bitte die Schwurhaus hat? Nee. Was? Ich hab das Bier geteilt. Ich hab euch das Bier, ja? Das ist so komisch eigentlich. Ach, Stür? Hm? Du und Kathi, geteilt euch das Bier? Ich weiß, aber ich bin grad soweit. Ja. Ich bleibe ich grad nicht. Wenn du mir grad mit deinen Schuhen auf meinen Füßen getrennt hast. Ja. Das sieht wie früher aus, oder? Ich hab ja lange noch versucht umzuhalten, oder? Was ist denn? Nein. Oh, Feedback. Was? Oh, es passiert meistens. Nein. Nein. Was soll das? Schau mal. Was? Guck. Ja, ja. Hast du noch drin? Welches Spiel gewollt? Ich hab doch gerade laut genug gesagt, ich brauche Feedback. Mein Kind war das so schön. Das ist so schön. Da hab ich irgendwann mal so gefeiert und gefeiert und geübt, dass ich ganz da, ich sei in in den Selbstdorf, wenn ich nicht mehr umfühlt. Ich hab's nicht mehr umfühlt. Ja. Ja, ich hab's nicht mehr umfühlt. Ja, ich hab's nicht mehr umfühlt. Aber vielleicht schon nicht veränderlich mit anderen Dingen. Ich hab's nicht mehr umfühlt. Aber vielleicht schon nicht veränderlich mit anderen Dingen. Ja, das ist die ganz deine schöne Verraschung. Ja, das ist die ganz deine schöne Verraschung. Ja, mein Lieben. Stopp, Dinger. Stopp, Dinger. Hier. Richter, Ralf Richter. Richter, Ralf Richter. Ist das? Naht, Nazian hat heute noch gefehlt. Nazian hat heute noch gefehlt. Nazian hat heute noch gefehlt. Was? Ja, das ist das. African-Kun-Fu-Nazis. 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 Hier, genau. Such mal den. Ich glaub, das war das scheiß Gelbeste. Musst du mal gucken, wo die ganzen Filme drauf waren. Ich hab den Kabel dafür. Nein. Wegen der Wienerverbindung. Ich glaube, das war der Läbel. Ich als Rechtsvertreter bin dadurch... Ich weiß. Kung-Fu-Nazi. African... Kung-Fu-Nazi. Was ist das African-Kun-Fu-Nazis? African-Kun-Fu-Nazis. Ja, African-Kun-Fu-Nazis. Ich glaube, das... Das ist kein Witz, man. Das ist kein Witz, man. Das ist kein Witz. Es ist... Es ist sehr, sehr, sehr radikal. Aber... Aber... Es scheuert geil. Schade, das... Dass sie... Wieso kann man... Das wäre... Da könnte man den Scheiß gucken... Ich muss jetzt sowieso gleich hochflitzen, also von daher... Um... Wie... Kann ich... Stickmer? Und dann... Was? Welcher? Stimmung! Stimmung! Machst du mal hier einfach. Machst du mit einer Hunde? Oder Hunde oder Hunde? Also ich gehe, ich muss so oder so jetzt gleich promessieren werden. Du musst bis hier zum Superkopf, würde ich abstehren. Nein, wegen und ohne, fragt er gar nicht mehr. Nein, ich hab mich deswegen gefragt, ich muss so oder so. Darf ich denn erzählen? Darf ich dann gerne erzählen? Wenn es dann Juppert-Major-Karten-Karte und die Aufnahme beenden vielleicht. Dann kann ich auch weiterfeiern. Du scheißt nicht auf meine Couch. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber erstens, du scheißt nicht auf meine Couch. Ach schon, warum jetzt? Das ist mein Saug, das ist mein Fett. Ich halt nur heilen. Ja, voll du bist das Wetten. Ich darf ja auch schmieren. Das musst du doch sagen. Da ist es. Das ist schon genau. Nein, hier haben wir noch. Ja, klar. Ich würde ja gerne mitlachen, ne? Ich weiß nicht, ob du das genau so wissen willst, was die da miteinander gesprochen haben. Ja, klar. Sicherlich. Das kann ich machen. Ja, klar. 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 Aber, ja, hier riecht sie nach. Ey, voll, ich sing das hier. Ey, wieso finde ich das? Ich hasse diesen Geruch. Fenster. Hilfe, Feuerwehr. Voll geil. Nee, mein Leben war ja in der Tankstelle. Quatsch. Ja, der Halbpunkt. Ich dachte, wo wir ausdrehen hast du gesagt. Ja. Was ist das? Nee, ich nicht. Ach, ich nicht? Nee, ich nicht. Da lag ein Plastisch-Heißfilter drin. Ja, sowas hört doch nicht ein. So, ich mach jetzt hier 1 Stunde 27. Stopp. Kunststoffverfall. Ich sagte, stopp.